In diesem sechsten und letzten Video wollen wir zuerst die Wasserhärte zu Hause messen und anschließend an der Anlage den Wunschhärtegrad einstellen. Dafür benötigen wir die Titrierlösung aus dem Lieferumfang. In den ersten drei Videos haben wir die Schlauchverbindung zur Anlage hergestellt. Daraufhin haben wir die Anlage eingeschaltet und die nötigen Displayeinstellungen getätigt. Nun wollen wir den Wasserhärtegrad am Anlagenkopf einstellen. Als erstes entnehmen wir 5 ml Wasser aus einem Wasserhahn irgendwo im Haus. Wir nehmen uns jetzt die Titrierlösung zur Hand. Ein Tropfen aus dem Fläschchen entspricht einem Grad deutscher Härte. Je höher der Härtegrad, desto höher ist der Anteil an Kalk im Wasser. Um den Härtegrad des Wassers bestimmen zu können, geben wir gleich so lange ein Tropfen in das Wasser, bis sich die Farbe von Rot nach Grün verfärbt. Die Anzahl der Tropfen gibt dann Aufschluss über den Härtegrad. Nach jedem Mal Tropfen müssen wir die Probe einmal vorsichtig schütteln, damit sich das Wasser mit der Lösung vermischen kann. Übrigens, der durchschnittliche Wasserhärtegrad in Deutschland liegt bei etwa 16 Grad deutscher Härte. Das heißt, bis Sie Ihren Wasserhärtegrad zu Hause ermittelt haben, kann es eventuell eine Zeit dauern. Unser Tipp, notieren Sie sich gegebenenfalls auf einem Zettel, wie viele Tropfen Sie bereits dem Wasser hinzugefügt haben. Sobald sich die Farbe von Rot nach Grün verändert hat, können wir aufhören, weiter Tropfen hinzuzugeben. In unserem Beispiel haben wir jetzt sieben Tropfen dem Wasser hinzugefügt. Das entspricht einem Härtegrad von etwa sieben. Bei Ihnen zu Hause sollte der Härtegrad sehr wahrscheinlich höher ausfallen. Im zweiten Teil wollen wir jetzt die Wunschwasserhärte an der Anlage einstellen. Über die beiden Vertiefungen an der Seite der Anlage können wir den Deckel vorsichtig nach oben hochnehmen. Hierbei müssen wir jedoch vorsichtig sein, um das Strom- und Verbindungskabel nicht aus der Anlage zu ziehen. Unser Tipp, zum Ablegen des Deckels stellen wir uns einen Hocker oder einen Stuhl neben die Anlage. Das Einstellventil mit dem Kreuz zur Härtegradregulierung befindet sich auf der linken Seite der Anlage. Drehen Sie das Einstellventil von Hand vorsichtig bis zum Widerstand nach links, wenn nicht bereits vom Werk voreingestellt. Dies entspricht einem Härtegrad von 0. Wenn wir das Einstellventil von Hand vorsichtig nach rechts drehen, werden wir einen Widerstand spüren. Jeder Widerstand entspricht ca. 2 Grad deutscher Härte. Wir haben jetzt dreimal nach rechts gedreht und dies entspricht ca. einem Härtegrad von 6. Wir empfehlen eine Resthärte von etwa 6 Grad deutscher Härte. Warum, dazu steht mehr in unserer Videobeschreibung. Mit der Titrierlösung können wir überprüfen, ob wir den Wunschhärtegrad korrekt eingestellt haben. Hierfür nutzen wir den nächstgelegenen Wasserhahn und lassen dort je nach Entfernung das Wasser erst einmal für 5 bis 10 Minuten laufen, damit wir das neue und enthärtete Wasser testen und nicht das alte Wasser aus dem Rohrleitungssystem. Ist der korrekte Härtegrad eingestellt, legen wir uns den transparenten Abwasserschlauch nach hinten, damit wir den Deckel von oben wieder aufsetzen können. Dabei müssen wir darauf achten, dass keine Kabel oder Schlauchverbindungen eingeklemmt werden. Glückwunsch, Sie haben den Installationsprozess jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort steht Ihnen kalkfreies und weiches Wasser im gesamten Haus zur Verfügung. War das Video hilfreich für dich? Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns den Daumen da lässt und unseren Kanal abonnierst.